Hallo Herr Heinrich, wie hätte Frankreich 1940 den deutschen Angriff unter den gegebenen Umständen abwehren bzw. stoppen können? Danke für Ihre Arbeit. Sinnvollerweise hätte man, wäre man 1936 im Rheinland den deutschen Truppen gegenüber entgegengetreten. Dann hätte man den ganzen Spuk beenden können. Sehr unblutig im Verglichen zu dem, was draus geworden ist. Man hätte auch die Tschechoslowaken nicht verraten können, das lassen können und hätte sagen können, so nicht. Ich meine, es gab dann immer gute Argumente dafür. Ich meine, Sudetenland war mehrheitlich von Deutschen besiedelt und das wurde dann gesagt, da hat ja Deutschland eigentlich ja schon einen Anspruch drauf. Und man hat immer Argumente gefunden, wieso man einen Konflikt vermeiden will. Das wissen wir alle. Wir alle waren im Geschichtsunterricht und haben die Vorgeschichte des Zweiten Weltkrieges gesehen. Das heißt, sinnvollerweise hätte man das Dritte Reich gestoppt, bevor es überhaupt so stark geworden ist. 1940 mit den gegebenen militärischen Mitteln war das größte Problem, denke ich mal, die doktrinäre Aufstellung. Dass die Franzosen gezögert haben bei der Aufstellung von reinen mobilen Panzereinheiten. Ich glaube, Charles de Gaulle hat ja eine der ersten, wenn man so will, mobilen Panzereinheiten geführt. Und fragen Sie mich, ich werde hier irgendwo den einen oder anderen Fehler machen. Das ist nun nicht mein Fachgebiet, der Westfeldzug, den irgendwie in Details studiert zu haben. Da gibt es wahrscheinlich auch unter den Zuschauern den einen oder anderen, der mehr weiß. Aber dann könnte man natürlich sagen, die Adennen offen zu lassen war ein Fehler. Aber der Fehler war auch bei den Belgiern, dass sie geglaubt haben, sie könnten sich dem Krieg vorenthalten und daher nicht die Alliierten frühzeitig in ihr Land gelassen haben. Was eben den Aufmarsch dann der Truppen nach Belgien verzögert hat und dann Deutschland ermöglicht hat, mit dem Sichelschnitt die dann abzuschneiden, was ja dann zu der, zu Dönkirchen geführt hat und so weiter und so fort. Aber die französischen Truppen waren stark und nominell waren die Alliierten stärker. Und wir können argumentieren, dass sie eigentlich nach normalen Maßstäben hätten stärker sein müssen. Das heißt, das, was die Wehrmacht erreicht hat, 1940 hat sie durch besseres Vorgehen erreicht. Und das ist im Nachhinein natürlich einfach zu sagen, wir hätten halt stattdessen das und das machen müssen. Aber diese Lektion hat man halt in der Größenordnung 1940 noch nicht gelernt gehabt. Also das Sinnvollste, was wir aus 1940 lernen müssen, ist, dass man einen Aggressor frühzeitig genug stoppt. Das denke ich mal, ist eine Lektion, die man aus dem Zweiten Weltkrieg ziehen kann. Denn im Nachhinein hat ja wohl Hitler gesagt, dass wenn die Franzosen über die Grenze gekommen wären ins Rheinland, dann hätte man Fersengeld geben müssen, weil man nicht im Ansatz in der Lage gewesen wäre, der französischen Armee entgegenzutreten. Sie hätten auch 1939 während des Überfalls auf Polen, hätten sie ebenfalls in großem Maße zur Offensive antreten können. Da stand im Westen, standen da nur Rumpfeinheiten. Das, was an deutschen Truppen im Westen stand, war nicht im Ansatz ausreichend, hätte zumindest nach normalen Maßstäben, nach dem, was ich weiß, nicht ausgereicht, um die Allietten zu stoppen, wenn die einen konzentrierten Angriff nach Deutschland hineingeführt hätten. Aber hätte, könnte, wäre, würde. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann schauen Sie doch mal vorbei auf dem Hauptkanal, wo es ursprünglich erschienen ist. Militär und Geschichte mit Thorsten Heinrich. Den Link dazu finden Sie hier in der Beschreibung. Und dann schauen Sie doch mal vorbei auf dem Hauptkanal, wo es ursprünglich erschienen ist.